Oh. Gut, dass wir weiße Anzüge haben. Machen wir mal. Oh, Tauchboote. Oh, Tauchboote. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich seh da drei. Lass Aiden alle ausscheiden. Aiden? Kümmere dich darum. Da sind alle weg. Hier ist eine Wache. Ah. Ach krass. Hier ist ein. Oh ha. Und jetzt kommt es noch ein paar Mal rein. So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Okay. Hm. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was das bedeutet? Ich weiß es. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Bebald wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Schnell sich umziehen, ne? Ja, und so kam die in die Lage, ne? Hier ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Ich kann den selber steuern. Ich sehe auch kaum was. Das krieg ich dir, dass ich das mache. Wie komme ich da nicht näher ran, oder? Wir müssen hier lang. Notkarte. Ah, hier. Ah. 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 Gut, dass ich steuern muss, ne? Wenn man ging rein, ne? BAM! Ja, siehst du das Licht? Ich hoffe, er will keine Antwort. Okay. Okay. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Hm. Jody, nein. Jody Holmes. Ich bin bei der CIA. 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 Du musst das machen, was du machen willst? Nein. Aber ich überleg mir was. Oh, und wie es weiter geht Hier bei Bayon to Swords Das war jetzt eine kurze Session, weil ich gleich Stream aufnehme Das erste Mal Mache ich hier einen kleinen Cut Haut rein, bis dann Ciao Wir sind alle so getarnt als Dänen Aber wir werden sowas schon auffliegen Ich meine, das war ja schon klar, das war ja so ein Spoiler Vom Spiel, dass wir Aufgeflogen sind Wir sehen auf jeden Fall aus wie Koreaner Das sieht man Aber ich weiss, was das für Leute sind Ich weiss, keine Ahnung Habt man bestimmt uns schon gesagt Stellt man da, ist nix Geht man von aus Toll, wir müssen jetzt zu Feldmarschall Kim Jong Pau Geht das? Kim Jong Pau Hat das ne Spezialeinlage Wir übernehmen ihn Gute Idee Können wir ja auch so sprechen wie der Weil das Sprechen fällt ja Ihnen immer schwer Ich guck mal hier Hier ist doch nix besonderes Ah, die Augen Das erkennt man doch direkt, dass der Übernommen worden ist Naja, guck mal in die große Tür Ich weiss jetzt nicht Auf wo lang wir gehen müssen Aber ich schätze mal hier lang Geh ich davon aus Und vielleicht ist es die letzte Aufnahmestation Vielleicht Jo, alles klar So, Sparkassenkarte Durchgezogen Die Queen Queen Was bedeutet das alles hier? Oh oh Was ist das? Was ist? Was ist das? Nein, nein Oh oh, nein Oh nein Er kommt da nicht rein Oh nein Oh nein Ist das jetzt Ist er jetzt tot? Oder getrennt? Ah, wie dumm Warum sind die da durchgegangen? Wie kam das schon koscher vor? Dass das hier so eine Barriere ist Das sieht man doch voll Oh, wir können jetzt Aiden spielen Warte Wohin? Wir können jetzt überall, ne Begrenzt Weil wir ja anscheinend von ihr getrennt sind Was eigentlich nicht gut ist Wie gehen wir denn? Gehen wir zur Orangentür Ich weiß es nicht Waffenarsenal Oh Können wir Skybridge einen töten? Aber, ich glaube, ah, ne Vielleicht ist es ja vom Vorteil, weil Eiden Ich brauche dich Aber wir später hier nochmal rein müssen, oder? Ich mach es einfach mal Sorry Ich kenn ihn zwar nicht, aber Ich muss hier bestimmt später rein in den Waffenarsenal Kann ich mir gut vorstellen Technikerraum Technikerraum Okay, hier ist auch nichts besonderes Wo ist die denn bitte? Weil da können wir jetzt nicht durch Schlafen im Bett Duschen Ist auch nichts Das fällt verwirrend hier Das ist der Speiseraum Fußball Okay Hallo Stur Fußball gucken Ja, aber ich weiß nicht, wo du bist Das sind die Kojen Ähm Wie gehe ich denn die Scheiße aus? Was ist das denn hier? Holy shit Ah Ja, danke, 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 Aiden Sorry Ich muss das Kabel vollen Hey War mir Wie war, oh Hier war mal als einziges Das ist nicht toll Ah, warte mal Übernehme den mal Ähm Was kann ich jetzt machen? Ah Scheiße Das klappt nicht Das klappt nicht Tschüss, 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 tschüss Können ja mal wieder übernehmen Oh Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Der Waffen oder Ich verstehe Oh Das dauert nicht Viel zu lange So, ich geh mal zum Waffen Geh mal um uns eine Waffe Und knallen die beiden ab Oder Äh Wieso sonst nicht, wie man das machen könnte Die einzigste Lösung ist einfach Tod So No, no, no Und dann So So Was für ein Arzt Da bringt er seine eigenen Kollegen hin Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich Ich folge dir Ich Wo bist du? Ich seh nichts mehr, hallo Äh Oh, da ist sie ja Boah, das ist immer schwer Boah, das ist immer schwer Du bist hier Schnell Ja Hol mich hier raus Tür Achso Ich muss es rein Ich muss es rein Ryan Ryan, bist du da? Rein sie Schnell Warte Warte Jetzt kann ich Und Zack Alles okay Schnell raus hier irgendwie Kannst du laufen? Ja Ja Alles klar Geh zu den U-Booten Warte auf mich Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin Geh ohne mich Was soll das? Jodie, das war's Die Basis ist zerstört Los, verschwind mir solange es noch geht Die Kluft steht weit offen Die Existenzen kommen da massenhaft raus Wenn das so bleibt Nein, es ist zu spät, Jodie Wir müssen weg Achso Ich muss es tun Du weißt das Äh Oh, wir spielen sie wieder Mega Hier? Nein Ich bin abschreckt Und? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Gib nicht mehr Ah, jetzt Er hat's nicht gescheckt Er hat's nicht gescheckt Er hat's nicht gescheckt Er ist dumm So, jetzt aber So, jetzt aber So, spreng ich doch Was haben wir? Okay Ne Tasche mit Muss es wohl das sein Äh Ah du Kacke Wie lang müssen wir denn jetzt? Äh Hä? Oh nein Die stehen jetzt wieder auf, oder? Wie letztens Geht die Kamera noch da? Was ist denn hier? Also hier ist nichts besonderes drin Hier ist auch ein Raum Oh Aber hier ist auch nix Oh, hier müssen wir lang, ne? Oder? Tauschen? Oder müssen wir... Äh, ne Hä? Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich will doch noch das machen hier, dass wir hier... Ich will ja nicht abhauen Von da komm mal Hier haben wir nix Er soll 20 Räume hier einbauen Warum nicht? Da sind Gabelstapler drauf, aber kein Gabelstapler innen heißt es Auch gut Auch gut Oh, äh Dem geht's gut Der guckt net Hä? Also nicht da lang Weißt du was? Ich geh doch zum Tausch dazu Ich hab keine Ahnung Okay Okay, lass uns schon mal wo hin Hey? Was ist denn jetzt? Hm Kann man mit denen irgendwas machen? Hm 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 Da bin ich Okay Ich hoffe das ist doch richtig Ich hoffe das ist doch richtig Weg gehen So Oh Oh, ich bleib meiden. Boah, ist das dunkel ey. Ist richtig, oder? Hier. Beim Gestricht-Tembo. Oh, hier liegt jemand. Was heißt liegen? Hier schwimmt jemand. Kamera, was geht? Wir müssen was damit machen. Wir müssen was damit machen. Ah, das ist das Loch, ne? Jaja, das sehe ich jetzt erst. Oh, Bananen. So, und zum nächsten. Und zum letzten, oder? Ja. Gut, drei Minuten. Nichts wie weg. Äh, was geht's los? Wohin muss ich denn überhaupt? Ah, sag mal nicht falsch Richtung. Och, leck mich doch am Arsch. Ich seh hier kaum was. Ach da. Wohlang rechts und links?